Ich fühle mich voll gut, wieder da zu sein. Gerade hat ja lange kein Video mehr gedreht, ne? Ja, Mensch, ich bin Motivationsbombe pur. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hat mich Jahre gekostet, auf eine Idee zu kommen. Auf jeden Fall dachte ich, ich mache heute ein Kleiderschrank-Video, weil ich glaube, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, wollten Leute ein Kleiderschrank-Video von mir haben. Ich hatte aber nie so einen Kleiderschrank. Diesen habe ich jetzt tatsächlich schon seit zwei Jahren. Zwei Jahren. Und vor allem hatte ich dann die Panik, dass alle Leute kommen und sagen, ja, woher sind denn die Klamotten? Warum hast du nicht alles verlinkt aus deinem Kleiderschrank? Es wird zwar auch nicht so ablaufen, dass ich euch wirklich alles verlinken kann aus meinem Kleiderschrank. Alles, was es noch gibt, wo ich auch Alternativen kenne, werde ich euch auf 21 Buttons verlinken. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich liebe diese App und ich bin da sehr, sehr, sehr aktiv. Den Link findet ihr natürlich auch in der Infobox. Könnt ihr gerne downloaden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dort folgt. Ich versuche es euch so einfach wie möglich zu machen. Und ich habe gerade übrigens auch mein neues Lieblingsteil an. Das ist diese Jacke. Leute, ist die nicht geil? Die habe ich von Boho. Ja, die habe ich von Boho. Ja, Mensch. Und die Jacke verlinke ich euch natürlich, weil die ist neu. Ich weiß, ihr werdet sie lieben. Ich fühle mich voll gut, wieder da zu sein. Gerade hat ja lange kein Video mehr gedreht, ne? Na, Mensch. Ich bin Motivationsbombe pur. Ruft mich an. In jeder Lebenssituation für Menschen so die perfekte Stütze. Ich habe immer einen guten Rat. Mit mir kann man immer über alles reden. Ich habe immer so richtig geile Tipps. Ich habe immer die besten Tipps, aber in meinem eigenen Leben kriege ich nichts davon angewendet. Kurz zu meinem Kleiderschrank. Mein Kleiderschrank ist von Ikea. Das ist ein Pax Kleiderschrank. Den kann man sich selber zusammenstellen. Eigentlich hätte ich verdammtes Ankleidezimmer gebraucht. Ich habe hier noch so vier Schubladen. Die zeige ich euch auch gleich. Dann habe ich einmal 1 Meter, noch 1 Meter und 50 Zentimeter. Also der Schrank ist insgesamt 2,50 Meter breit. Und 2 Meter hoch. Den gibt es auch noch in 2,30 Meter ungefähr. Also dann habt ihr oben halt noch so eine kleine Fächer, aber das brauchte ich nicht. Vor allem komme ich da eh nicht ran. Meine Eltern haben den nämlich. Und ich habe gar keinen Bock für meinen Kleiderschrank noch eine extra Leiter zu kaufen, damit ich da oben rankomme. Ich würde sagen, legen wir los. Ich würde sagen, wir fangen halt da an und arbeiten uns voran. Ich werde mir Mühe geben, euch so viel wie möglich zu zeigen. Wie machen wir das am besten? So? Ne. So? Warum habe ich das nicht vorher ausprobiert? Jetzt bin ich so, ja, wie sieht es denn am besten aus, wenn ich euch Sachen zeige? Ein paar Sachen sind natürlich auch in der Wäsche. Ein paar Sachen habe ich nicht aufgehangen. So die total unnötigen jetzt. Ich habe echt ein Hoodie-Problem. Ich könnte auch jeden Tag Hoodies tragen. Deswegen, ich mag den Sommer. Ich hasse den Winter, aber ich hasse den Sommer dafür, dass man keine Hoodies tragen kann. Entschuldigt mein Doppelkinn, ich verstecke es für euch hier, falls ihr damit ein Problem habt. Ich denke mal, man sieht schon so im gesamten Kleiderschrank meine Lieblingsfarbe oder Lieblingsfarben. Weil ich trage am liebsten Orange, Blau oder Rosa und natürlich Schwarz und Weiß. Aber so farblich sonst bin ich halt echt, mmh, das ist ein Tommy Hilfiger Hoodie. Eigentlich mag ich nicht so gerne rote Pullis, aber ich fand das ganz cute mit dem Zeichen. Und hier ist das auch noch, so kleine Details. Ich fand das ganz süß. Dann natürlich ein paar orange Hoodies, da ist jetzt nichts drauf. Auf dem auch nicht, das sind einfach ganz normale Hoodies. Dann habe ich so einen mit Flammen an den Ärmeln von Naked. Ich liebe Flammen. Ja, I love it. Den gibt es leider nicht mehr. Und zwar ist das ein Bowser Hoodie. Und ich liebe solche Hoodies. Also nicht nur, weil er von Bowser ist, sondern einfach so eine Hoodies mit so Print. Ich laber voll scheiße. Ich hasse Print-Sachen. Print, Print. Welche Sprache willst du sprechen? Ich liebe Print-Sachen, aber es kommt drauf an. Ich kann sie auch hassen. Es ist so 50-50. Diesen Hoodie, den gab es halt auf seiner Tour. Also den gab es nur auf dem Konzert. Ich weiß nicht, ob ihr den online noch kriegt, falls ihr Bowser-Fan seid. Den finde ich auch mega geil. Da werden jetzt die Geschmäcker extrem auseinander gehen. Werde ich euch aber auf jeden Fall auch posten, weil ich glaube, den gibt es auch noch. Der ist von Dollskill. Wenn ich auch etwas liebe, dann sind es Ketten und Nieten und sowas. Auch wenn man das nicht bei mir denken mag. Einfach nur, weil er Crop ist. Ich liebe Crop-Klamotten, das werdet ihr auch gleich noch merken. Und weil er Ketten dran hat. Den habe ich auch gerade neu. Den habe ich euch auch in der Story gezeigt. Der ist von Boho. Entschuldigt, die Hundehaare auf meinen Klamotten. Rosa, blau. Ihr wisst Bescheid. Und eine Flamme. Kann etwas noch besser sein. Ich weiß es nicht. Ich stehe übrigens sehr auf Männer-Hoodies. Dann mein Souvenir von meinem letzten LA-Trip. Und zwar dieser Pulli. Und ich hatte den schon so oft irgendwo gesehen, bei Bloggern oder so. Und ich fand den so geil. Und dann sind die Mädels in einen Laden reingegangen. Und ich habe draußen gewartet, weil ich hasse Shoppen. Also das ist wirklich nur, wenn mich ein Laden richtig interessiert, dann okay. Dann gehe ich da auch gerne rein. Aber ich bin froh, dass ich doch in den Laden reingegangen bin. Nach einer halben Stunde. Ich habe so gewartet. Und dann war ich so, ey, die kommen nicht mehr. Die kommen nicht mehr raus. Ich weiß nicht, was die da machen. Und dann wollte ich halt gucken gehen. Und dann habe ich gesehen, dass das halt so ein Laden ist. Mit so voll vielen Los Angeles Sachen. Und ich liebe ihn. Der ist so cool. So gemütlich. So chillig einfach. Das ist einfach... Ich liebe solche Sachen. Davon habe ich ganz viele so komplett schlichte Basic-Pullis. Die auch nicht ganz so dick sind. Ich liebe die, weil die kann man echt immer tragen. Das ist von Naked. Die haben super geile Basic-Pullis. Naked kann ich super empfehlen. Ihr seht, die sind relativ gleich. Also so von der Aufmachung her. Ich habe die, glaube ich, in allen Farben. Und der ist von Weekday. Also die von Weekday kosten auch nur 25 Euro. Richtig günstig. Und ich glaube, die von Naked kosten auch nur 25 oder 30 Euro. Das ist auch einer meiner Lieblings-Pullis. Das Lustige jetzt, wenn meine Freundin das sehen wird, die wird mich am liebsten erschlagen. Weil der Pulli gehört nämlich ihr und gar nicht mir. Kennt ihr diese Freunde, die einfach eure Sachen wegsneaken und dann so, ja, ist jetzt meins? Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich sage auch nicht, dass das meiner ist. Sie könnte den auch wieder haben, wenn sie wollen würde. Aber will sie natürlich nicht. Will sie nicht. Bitte nicht. Auf jeden Fall ist das dieser Vintage-Dieselpulli. Und da ist jetzt das Problem. Ich liebe Vintage-Klamotten. Und wenn ihr mich dann fragt, woher die sind, ist es so traurig, weil es ist Vintage. Also diesen Pulli an sich gibt es halt gar nicht mehr. Ich glaube, der gehört ihrem Papa sogar. Gehörte. Er gehört ja jetzt nicht mal mehr ihr, also auch nicht ihrem Papa. Aber das Geile ist, bei Junkyard ist gerade eine Kollektion rausgekommen. Mit genau diesem Diesel. Ich habe da auch ein T-Shirt von. Ich werde es euch gleich zeigen. Die haben auch diese Pullis, aber in schwarz und in weiß, glaube ich, nur. Ich werde aber mal schauen und dann werde ich euch den verlinken. An etwas ganz Lustiges. Hatte ich so von Anfang an, als ich mit YouTube angefangen habe, so ein paar Zuschauer, die mich echt ganz, ganz lange begleitet haben. Die waren immer die Ersten, die kommentiert haben. Immer die Ersten, die geliked haben. Immer die Ersten, die mir geschrieben haben, auf alles geantwortet haben. Mich immer supportet haben. Und eine davon hat mir, ich weiß gar nicht, ob es mein Geburtstag war. Eine davon hat mir diesen Pulli geschenkt. Den hat sie mir zugeschickt. Der war auch von ihr selbst. Diese Leute, die mich früher so supportet haben, die mögen mich jetzt nicht mehr, weil ich mich so verändert habe und ja so scheiße geworden bin. Und ich trage diesen Hoodie einfach immer noch. Ich habe mich so verändert. Ich habe mich so verändert. Whatever. Ich finde es auch nicht schlimm. Also, wenn Leute denken, ich habe mich verändert. Gut, aber ich trage den immer noch mit Stolz. Ich freue mich immer noch, dass ich den von einer Zuschauer bekommen habe. Ist mir egal, ob sie mich nicht mehr mag. Ich finde es voll cute. Dann habe ich auch ganz viel. Ich liebe Pastelltöne. Dann habe ich hier. Ich glaube, den finden auch richtig viele cool. Von Uniform. Marke gibt es ja noch. Ich gucke mal, ob ich den euch auch verlinken kann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich glaube, da ist es auch schwierig, den zu bekommen. Und zwar ist der von der Fenty-Kollektion von Rihanna. Den habe ich von Junkyard. Ich kann mal gucken, ob ich ihn noch finde. Ich glaube, ich habe ihn sogar auf 21 Buttons schon verlinkt. Vor ein paar Monaten. Als es den Pulli noch gab. Ihr könnt mal nachschauen. Ich weiß nicht, ob ich euch als nächstes die Schubladen zeigen soll. Aber die sind echt auch nicht so interessant. Aber vielleicht wegen meiner Unterwäsche. Hä? Wie? Wegen ihrer Unterwäsche? Aber weil mich ja voll viele fragen, was ich für Unterwäsche trage. Wegen meinem Bauch und so. Ich habe das auch mal verlinkt. Ist auch alles auf 21 Buttons, Leute. Geht da rauf. Keine dummen Fragen stellen. 21 Buttons downloaden. Mir folgen. Und nie wieder Fragen stellen. Ja, das ist meine erste Schublade, Leute. Komplett durcheinander. Also da habe ich jetzt echt keine richtige Ordnung drin. Hier haben wir auf jeden Fall Unterwäsche und Socken. Hier haben wir so, ja, Basic-Tops. Muss auch gestehen, ich gehe ja echt nie zu Primark oder so. Aber wenn man echt so Basic-Sachen nur braucht. Auch wie so ein ganz normales Top oder so. Ey, Leute, das hat 2 Euro gekostet. Wisst ihr, was ich meine? Also hier sind nur so Basics drin. Dann, wie gesagt, meine Unterwäsche. Also ich trage eigentlich nur Tangas. Mag Unterhosen nicht so gerne. Schwarz und weiß, ganz schlicht. Ohne Tamtam, ohne Rüchen, ohne Straps, ohne irgendwas. Und die sind von C&A. Mag ich richtig gerne, weil die einfach gar nicht ungemütlich sind oder so. Sind nicht Low-Waste. Ich hasse Unterwäsche, die Low-Waste ist. Ich kann es nicht verstehen, wie man das tragen kann. Das würde mich so stören. Mir bringt die schon echt viel. Die habe ich euch aber auch verlinkt. Da kostet, glaube ich, ein Dreierpack 7 Euro. Also richtig nice. Da habe ich ein paar BHs, aber richtig wenig. Seht ihr ja, weil ich nie BHs trage. Ich habe auch keine Push-Up-BHs oder so. Sollte ich mal vielleicht versuchen mit meinen Brüsten. Dann haben mich ganz viele immer nach meinem Bikini gefragt. Und ich habe echt nur einen einzigen Bikini, der mir richtig gut passt. Und zwar ist das einer von Asos. Falls ihr jetzt nicht wisst, welcher das ist. Das ist dieser rosa, ne? Mit dem habe ich auch ein paar Bilder. Das ist nur ein anderes Oberteil, aber das mag ich mehr. Das hat halt auch so eine sehr hochgeschnittene Hose. Falls ihr das sehen könnt. Dann habe ich hier so ein paar Bauchtaschen noch einfach reingeklatscht. Diese habe ich gerade neu von Naked. Wieder orange. Die mag ich auch richtig gerne. Die hatte ich auch sehr oft um im Sommer. Die ist von Shein. Dann habe ich eine rosa Bauchtasche von Snipes. Die hatte ich auch echt oft um. Dann noch von Pretty Little Thing. Die habe ich bis jetzt tatsächlich echt noch gar nicht benutzt. So, dann habe ich hier meine Schublade mit den Hosen. Wie ihr seht, ich glaube, andere Menschen haben mehr Hosen. Aber ich habe ja eh ein extremes Hosenproblem. Das heißt, das, was ihr hier alles seht, das ist nur Topshop. Also hier sind schwarze Hosen. Hier sind blaue Hosen von Topshop. Dann habe ich hier nochmal graue Hosen. Dann habe ich hier noch so ein paar Jogginghosen. Die Hose, die war auch sehr, sehr beliebt. Die war aber leider ausverkauft. Okay, das ist eher eine Leggings. Aber die war sehr beliebt. Sag ich auch richtig gerne. Ich kann mal gucken, ob ich euch was ähnliches verlinken kann. Dann habe ich hier noch ein paar Radler Shorts. Da haben auch ganz viele immer gefragt, woher ihr die kriegt. Gebt mal einfach im Internet Radler Shorts ein oder Cycle Shorts. Davon kann ich euch natürlich auch welche auf 21 Buttons verlinken. Habe ich, glaube ich, auch schon. Die ist zum Beispiel von Shein. Aber die gibt es überall, Leute. Also ich werde euch einfach mal ein paar verlinken für die, die welche suchen. Dann hat hier gar nichts verloren. Habe ich hier noch einen Schal drin. Ich liebe den. Der ist von Off-White. Den hatte ich mir letztes Jahr im Winter geholt. Und ich bin begeistert, wenn ich den wieder tragen kann. Kann ich eigentlich jetzt ja schon, ne? Ist ja schon Antarktis-Feeling hier. Ach so, und wegen den Hosen, Leute, die hatte ich euch eh alle schon auf 21 Buttons verlinkt. Also ihr findet, glaube ich, so gut wie jede Topshop-Hose aus diesem Kleiderschrank auf 21 Button. Für die, die das Video nicht gesehen haben, ich blende euch das jetzt mal ein. Mein perfekte Hosen-Video. Leute, ich schwöre auf Topshop-Hosen. Ehrlich, ich glaube, ihr habt halb Topshop aufgekauft wegen mir. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, wie happy ihr über diese Hosen seid. Kommen wir zur nächsten Reihe. Und da habe ich so, also wie gesagt, da hatte ich Hoodies. Und hier habe ich so alles. Außer Hoodies. Die habe ich alle da. Hier habe ich so Sweatshirts, Jacken, also Jeansjacken hauptsächlich. T-Shirts, Shirts, also sowas alles. So eher so dünnere Sachen. Ich glaube, diese Jacke hat auch schon jeder mal bei mir gesehen auf einem Bild. Das ist meine Lieblings-Jeansjacke. Die ist von Pull&Bear. Und ich liebe die, weil die ist so ein bisschen bombig geschnitten. Also die hängt nicht einfach nur runter, sondern die hat einfach so einen geilen Schnitt. Ich liebe diese Jacke. Also die trage ich, glaube ich, am häufigsten. Dann habe ich gerade auch irgendwie so ein bisschen so mit Blazer angefangen. Wie unschwer zu erkennen, der ist von Naked. Also wenn ich eine Marke richtig gerne mag, mag ich das, wenn die Marke auf dem T-Shirt steht. So wie bei Pretty Little Thing. Also als Pretty Little Thing hast du dann ein Pretty Little Thing Shirt an, ne? Fand ich cool. Wo ich auch richtig drauf stand, war Lack. Diese Jacke hatte ich echt oft an, im Herbst und im Frühjahr. Die ist auch von Naked. Ich mag so rockige Sachen manchmal richtig gerne. Also wie ihr seht, ich habe gar nicht so einen speziellen Look. Also am liebsten mag ich halt chillig, sportlich, aber noch ein bisschen schick. War auch richtig beliebt bei euch. Die ist von Manier de Voix. Manier de Voix? Manier de Voix. Manier de Voix. Das hört sich schön an. Die ist mega cool. Also ich liebe so, ja so Sachen, die irgendwie so ein bisschen speziell sind. Die hat hier überall so Reißverschlüsse an den Armen. Und die kann man hier unten wieder zumachen, so eng ziehen. Das mag ich auch richtig gerne. Und die Marke fand ich halt auch so vom Spruch halt schön. Oder wie das ausschaut. Ich hatte auch eine Jogginghose von denen. Das ist die hier. Das war so eine Jogginghose. Und hier unten hat die so Schnallen. Die ist auf jeden Fall auch verlinkt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich hoffe, weil die ist richtig nice. Das ist das Diesel-Shirt, von dem ich geredet habe. Da ist das Diesel jetzt aber durchgestrichen. Aber die gibt es auch ohne das. Als Pulli halt. Und das ist das, was ich meinte. Mega cool. Habe ich auch ein weißes Shirt. Meine Lieblingsbomberjacke von G-Star. Ey Leute, ihr wisst nicht, wie lange ich nach dieser Jacke geguckt habe. Also was heißt geguckt? Es gab die und ich bin da immer reingegangen in den Laden. Und war so 250 Euro für eine Bomberjacke. Aber kennt ihr das, wenn euch etwas so angetan hat und ihr nur noch daran denken könnt? Das habe ich mindestens fünfmal am Tag. Und das ist so schlimm und so war das bei dieser Jacke. Ich bin jedes Mal, wenn ich an G-Star vorbeigegangen bin, in den Laden gegangen und habe diese Jacke angezogen. Und irgendwann war der Verkäufer auch so, ey, willst du die vielleicht mal mitnehmen? Und meine Freundin war auch so, ey Sarah, du arbeitest auch dafür, gönn dir die einfach mal. Weil ich bin halt so eine Person, ich kann für Klamotten nicht viel Geld ausgeben. Das Einzige, wofür ich teilweise viel Geld ausgebe und wirklich, ich rede teilweise, sind Schuhe. Ich glaube, jeder hat ja so einen Tick, wo er denkt, okay, gönn dir so bei Handtaschen oder so bin ich auch, ich habe keine Handtaschen. Das Traurige war noch, dass die eine Woche später auf 150 bei Zalando runtergesetzt war. Egal, ich habe sie mir halt einfach dann gekauft, weil meine Freundin meinte auch, gönn dir. Du willst sie eh haben, so bringt nichts, du wirst sonst weinen. Und die hat hier so geile Patches. Und wisst ihr, das ist so typisch ich. Ich habe mir die gekauft, weil ich hier Fox reinschreiben wollte und so. Ich wollte diese Patches, also ich wollte die so ein bisschen selbst designen. Ihr seht nichts, ne? Ich auch nichts. Oft so bei mir im Leben. Ich sage ja, ich habe teilweise so alte Sachen, die ich auch gar nicht mehr anziehe, aber von denen ich mich auch nicht trennen will. Das ist von Alexander Wang von der H&M Kollektion. Und jetzt alle so, wann war das denn? Ja, vor vier Jahren oder so. Aber es ist cool. Behalte ich für immer. Das war auch sehr beliebt. Das habe ich sehr gerne als Kleid getragen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das ist von Junkyard. Und wie ihr seht, XL. Also wenn ich Shirts, Männershirts oder auch Frauenshirts als Kleid tragen will, kaufe ich meistens L oder XL. Ich habe so einige Jeansjacken. Ich liebe Jeansjacken. Das ist eine Jacke, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Die gehört eigentlich meiner Mama. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Auf jeden Fall noch viel, viel jünger. Das ist von Tommy Hilfiger. Und die ist auch so leicht kurz geschnitten. Ich fand die so toll und ich wollte die immer anziehen. Und meine Mama war nie so eine, die gesagt hat, ja Kind, zieh meine Klamotten an. Kennt ihr diese Leute, die immer mit ihrer Mama uns so die ganzen Klamotten teilen? Und ich war immer so neidisch, ne? Da habe ich die halt heimlich angezogen, ne? Und dann irgendwann, vor einem Paar, vor einem Jahr oder so, meinte sie so, ja, ich will die nicht mehr haben. Willst du die? Das ist auch so eine Sarah-Ding. Ich kriege am Ende immer das, was ich will. Egal wie, egal wann. Ich kriege das. Oh mein Gott, und die ist so schwer. Die habe ich euch auf Instagram schon mal gezeigt. Da ist auch noch das Schild dran. Die ist auch aus der neuen Diesel-Kollektion. Macht euch das an, wie cool die ist. Hier ist noch so was reingenäht, wo auch Not Cool Anymore draufsteht. Die Jacke ist so schwer. Und da das eine Männerjacke ist und es M ist, ist sie mir viel zu groß. Deswegen schneide ich sie ab. Dann habe ich noch eine Jeansjacke von Naked. Die habe ich auch gerade neu. Natürlich Crop. Und das finde ich halt auch ganz cool, dieses ausgefranste. Einer meiner neuen Favorites. Dieses Sweatshirt. Das hat richtig lange Ärmel. Der sitzt so, so gut. Den habe ich auch schon hochgeladen vor ein paar Tagen bei 21 Buttons. Hatte ich auch noch nie einen Rollkragenpulli. Und das ist, glaube ich, mein erster Rollkragenpulli. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hasse es, was am Hals zu haben. Vor allem bin ich sehr empfindlich. Aber dieser Pulli ist so weich. Also der kratzt gar nicht. Der Rollkragen ist auch nicht zu eng. Also geht es. Gibt es, wenn Leute euch ins Gesicht fassen oder so? Das dürfen echt nur Leute, die mir richtig nahe stehen. Boah, das geht gar nicht, ey. Das muss ich euch auch zeigen. Das war sehr beliebt. Und ich liebe übrigens auch Totenköpfe. Das ist von Pretty Little Thing. Ich hoffe, das gibt es noch, weil das habe ich euch auch verlinkt. Das wollten so viele haben. Und ich kann es verstehen. Das ist so geil. Einfach Farbe wieder grau, pink, blau. Woher ich immer meine Basic Shirts habe, so weiße. Fruit of the Loom. Ja, das sind diese 2, 3 Euro Shirts. Aber das sind die besten. Die gibt es auf Amazon für 10 Euro, so ein Fünferpaket oder so. Die fand ich auch noch ganz cool. Das ist so wie so eine Pilotenjacke. Die habe ich auch neu von Naked. Gerade so braun Töne. Bin ich echt also momentan von angetan. Von braun. So Erdtöne mag ich richtig an mir. Hätte ich gar nicht gedacht. Da habe ich noch ein paar dicke Jacken. Wo mich ganz viele, also wirklich alle nachfragen, ist dieser Mantel. Den habe ich aber schon 3 Jahre ungefähr. Deswegen gibt es den auch nicht mehr. Von Kauf dich glücklich habe ich den. Aber der war damals von 250 Euro auf 70 runtergesetzt. Da habe ich erstmal zugelangt. Und das ist auch echt mein Lieblingsmantel. Der ist so gut kombinierbar. Aber es liegt halt auch einfach an der Farbe. Diese Farbe passt sehr, sehr gut zu vielen Dingen. Das haben ja auch ganz viele, diese Teddyjacke. Und ich liebe die. Die habe ich jetzt von Joins oder Joins. Ich weiß gar nicht. Aber die gibt es in sämtlichen Online-Shops. She-In, Pretty Little Thing, Fashion Nova. Ich glaube, die gibt es überall, diese Jacke. Überall. Kommen wir zu meinen richtigen Moss-Manteln. Das ist einfach nur Teddyfell. Das ist ein richtig langer Mantel. Den habe ich in schwarz und in beige. Wenn ihr das fühlen könntet, ne? Damit möchtet ihr euch einfach in euer Bett legen und schlafen. Und ich habe mir eine neue Jacke aus Amerika gekauft. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich mir meine... ...Dream-Jacke gekauft. Und das meine ich. Manchmal stehe ich auf so komische Sachen, aber das ist so geil. Ich finde das so cool. Das sieht so nach Designer aus. Hat aber nur 30 Euro gekostet. Die ist halt auch so wie so ein Pulli. Und du kannst die hier unten auch wieder so eng machen. Die ist von Forever 21. Das war es auf jeden Fall mit meinem Kleiderschrank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich versuche euch so viel wie möglich bei 21Button zu verlinken. Auch abgesehen von diesem Video jetzt. Ich verlinke da so oder so ganz viele Sachen. Also wenn ihr allgemein auf der Suche nach meinen Klamotten seid von Instagram oder von irgendwelchen YouTube-Videos oder einfach nur Inspiration braucht, weil da gibt es auch natürlich andere Influencer und Blogger, die dort ihre Klamotten teilen und verlinken. Dann downloadet euch die App. Link findet ihr in der Infobox. Wir sind schon, ich glaube, 134.000 Leute dort. Wo sind die? Können die eigentlich auch auf mein Instagram kommen? Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem neuen Video.